Warum ich dabei bin? Ja. Ich bin Soldat, es ist meine Pflicht. Wie viel ist noch von der Menschheit übrig? 0,1%? Das heißt, es kommt nur ein Überlebender auf tausend Tote. Früher hatte ich es manchmal mit Angstgefühlen zu tun. Aber so nah am Untergang haben wir noch nie gestanden. Wen meinst du mit wir? Ich meine uns alle. Wie ihr alle wisst, ist vor 24 Tagen etwas vorgefallen. Wir haben den Kontakt zum größten Teil der Welt komplett verloren. Alles außerhalb des sogenannten Lebenskreises ist in Dunkelheit versunken. Alle jenseits dieser Zone werden uns angreifen. Alle 160 Millionen. Menschen? Nicht wirklich. Feuer frei! Ich weiß nicht, was da kommt. Wir sollten bereit sein. Komm mir zu, ich bin jetzt der einzige Mensch, der mir noch nahe steht. Der Krieg hat begonnen. Er ist vorbei. Er ist vorbei. Ich will declarieren. Untertitelung des ZDF, 2020